Wir wissen, dass er dich gewarnt hat, doch seine Hilfe wird bald auflauen, für immer. Er wird einer von uns werden. Sobald deine Seele deinen Körper verlassen hat, werden wir auch dich verschlingen. Die nächste Zeile wurde verheben, durchgestrichen. Ich will dir nicht wehtun. Standort 3. Utopia, da müssen wir auch hin. Das ist hier. Bei dem weißen Ding hier. Der Area. Okay. 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 Was ist das? 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 Aua Digga Ich bin G51 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du findest Anweisungen für deine letzte Prüfung hinter der Bar in der Fury Experience? Ich platziere sie dort, wenn du bereit bist Die Fury Experience, wo ist denn das? Ah, hier Das ist es glaube ich, da waren wir schon Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ja, da ist das Schlüssel zur Third Eye, Jude Fleischige Erinnerungen Oh, sehr traurig. Das war jetzt dieser Zombie, die Challenge oder was? Dann machen wir mal wegen diesen Jurdelschlüssel da. Das war jetzt. ah ja ich hab mir grad schon gedacht dieser glatzkämpfige zombie da war ein mutator aber rechtzeitig erledigt keine chance wird und und Was ist das? So, Mr. Grissel, welcher Yerp war deinem? Ich frage mich, wie viele Festivale-Gerner in den Ark haben. Das ist ein Persönlichkeitstest. Wenn du bereit bist, dein Leben ganz neu zu denken, dann beantworte bitte die folgenden 300 Fragen mit Ja, Nein oder Vielleicht. Verpiss dich, Digga. Der Rest des Tests ist extrem blutverschmiert und unlaserlich. The fuck, Alter. Blündere die Jude. Hey, ist doch fast nichts gewesen. Letztes Versprechen. Ich durfte bezeugen, wie du angeln, klettern, Kajak fahren und natürlich die Fotografie gemeistert hast. Die Fotospaziergänge mit dir werde ich niemals vergessen. Ich habe dir über die Jahre ja einiges abverlangt, aber kannst du mir noch eines versprechen? Pass auf meine alte Kamera auf. Wenigstens ein schönes Foto soll sie in ihrem Leben doch gemacht haben. Ich lebe deinen Herzen weiter, dein Opa. Auwa. Da ist auf jeden Fall das mit den Fotos. Da ist auf jeden Fall das mit den Fotos. Ich bin gleich tot. Ist nichts mehr. Dort. Scheiß doch, die Wandern. Wirst du mich verarschen? Alter, warum Spawn nicht so weit weg? Meine Güte. Was soll denn das? Ich weiß, was sollst du. Soll ich was? Ich schwcerci. Quarter Party. Los für uns. Oh, verpiss dich doch. Meine Güte. Oh, verpiss dich doch. What the fuck, Alter. Kann ich eigentlich diese verfickte Strom hier nicht ausstalten? Du kannst da nichts machen dran. Hier ist auch nirgends was zu sehen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich raste jetzt gleich aus. Oh, verpiss dich doch. 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 Was soll ich denn hier blündern, WTF? Hier ist nichts mehr. Verstehe es nicht. Oh, verpiss dich doch. Oh, verpiss dich doch. Oh, verpiss dich doch. Verpiss dich doch. Oh, verpiss dich doch. Oh, verpiss dich doch. Diga Vtf. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe schon den Strom ausgeschalten, aber was soll hier noch sein? Ach, und jetzt? Alles klar. Man musste den Strom erst ausschalten, damit man mit dieser Kamera interagieren kann, die ich ja schon längst gesehen hatte. Und schon probiert haben zu interagieren damit, aber ging ja nicht. I promised I'd never lose it, didn't I, Grandpa? I promised. Hello. Who's there? My camera. Yes, yes, my camera. Mine, mine, mine. Mine. I feel them squirming, wriggling inside me. Inside us. Oh, you. My skull is off limits. You hear? A part of me. It's missing. Parts of us. Please, Klayzor. Is anyone out there? We feel... Closest. Someone new one is lost. What? Help. Anything to get you out of my head. I'll have a noodle about these Yurts. Suche die Yurts nach Lieblingsgegenstätten ab. Oh, da sitzt sich dein Yurts zu ver. Oh, man. Schicke Handtasch, oder? Any bids for this handbag? Do I hear her? Ooh, yes. That's mine. Oh, shit. Oh, shit. Oh, wow. Oh, come on. Jetzt kommt doch noch ein Scheißkotzer, Digga. Oh, dear, grisly residue and an unfortunate victim. Tara? No. What monster did this to you? Tell me, I will find them. And I will tear their flesh apart. Eat it. Devour it. For you. For us. If only I could feel you. One last time. To taste you. Become one with you. Together. Forever. Forever. Love looks not with the eyes, but with the mind. And therefore is winged Cupid painted blind. To taste thee. Is. To taste a lady. Are you black people? We are black people. How do we get you? How do we get you? How do we get you? To taste a little, I'm brown people. Where are you, girl? If we get out of your house we're going to die. I'm big people. Let's see who we better get. Digga, dass ich hier so viele absuchen muss. Oh, teure Schuhe. Zigaretten, Digga, und wie viele? The fuck. I do believe Mr. Gristel is spinning these wheels of steel. I can still hear it, the beat, the beat connects us, connects us to it, bigger than us, bigger than all things, individually, we are nothing to it, but together, we are so much, we are not so much, to spread, to consume, to be everywhere, everything. To destroy you. Oh, Mr. Gristel, I believe you have issues. Fuck. My heart. I can feel it beating. In the heart of the festival. We all feel it. And this emptiness inside us. It hurts. The center of my being. The last piece of me left whole. The last. Help us feel whole again. Save us. Where do we go? Where are we going? Where do we go? In the middle. Exactly in the middle. Vielen Dank.